Ja, moin Leute, ich bin's wieder, euer Graf Snäckhüller. Und Leute, es ist jetzt 7 Uhr morgens, der Graf Snäckhüller muss sein Automobil in die Werkstatt bringen. Und ich hatte gestern Abend, nach Feierabend, ein bisschen zu viel gesnackt, wenn ihr versteht, was ich meine. Jetzt geht's mir nicht so gut, der Kopf brummt, ich bin müde. Und für genau diesen Fall gibt's hier das schöne Teil, das ist hier das J-Cabs Espresso. Der Eiskaffee, ich nehme immer den mit Espresso-Geschmack, gibt auch noch eine La de Macchiato, glaube ich, und vielleicht eine Cappuccino. Ich bin mir aber nicht sicher, ich kaufe ihn mal den. Ihr seht, es ist eisgekühlt. Alter, der wird mir jetzt das Leben retten. Der hat 4 von 5 Bohnen. Ich glaube, das bedeutet, er ist stark. Sieht man das Getränk? Oh ja, guckt euch da dann, Leute. Hier ein guter Eiskaffee. Ich gönne mir den, es ist wirklich eiskalt. Ich habe den jetzt tagelang im Kühlschrank gehabt. Alter, später. Aber das wird mir jetzt die nötige Energie wieder reinpumpen hier. Ja, es schmeckt wirklich toll. Sehr, sehr guter Kaffeegeschmack. Nicht so süß und so. Das ist wirklich toll. Auch fürs Autofahren, Leute, wenn ihr mal müde werdet oder so, kauft euch einfach hier so einen kühlen Eiskaffee. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Oder eine Red Bull, aber habe ich jetzt keine mehr zu Hause hier. Aber den kann man sich gönnen. Der wird mich heute durch den Tag begleiten und bringen. Naja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag hier. Und wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Ich bin's, euer Grafs, Neckola. Tschüss, ciao.